heftiger seitenheb das schenkt oliver pocher ex amira zum muttertag köln zwischen comedian oliver pocher 46 und seine ex amira 31 herrscht offenbar weiter dicke luft in der neuesten folge seines podcast die pochers frisch recycelt spricht er gemeinsam mit seiner anderen ex frau alessandra meyerbüll denn 41 über den bevorstehenden muttertag und amira kommt dabei mal so gar nicht gut weg in der spezialfolge wird gleich zu beginn klar nicht all müttern in seinem leben wünscht oli auch einen schönen muttertag ex frau alessandra gehört aber offenbar nicht dazu die fragt den inzwischen schon zum zweiten mal von einer ehefrau getrennten mann nach einem geschenk zum muttertag oli willigt ein und verspricht ja dieses jahr gibt's ein geschenk eine zuschauerin die folge wurde vor publikum aufgenommen möchte wissen bekommt olis ex amira denn auch ein geschenk zum muttertag darauf die trockene antwort von oliver ja eine plastiktüte allerdings lässt er danach gleich folgen nee im ernst ich würde amira genauso etwas schenken wie alessandra sie hat ja auch was geleistet als mutter der comedian stellt dann aber auch direkt klar es ist alles andere als super gut aber vor unseren kindern verhalten wir uns hoch professionell bisher ist alles in ordnung auch oliver pochers mutter kommt nicht gut weg danach wird noch klar dass auch das verhältnis des rtl moderators zu seiner eigenen mutter nicht immer einfach war ich bin meiner mutter ja sehr dankbar dass sie mich zweimal die woche zu versammlungen der zeugen jehova geschleppt hat bei wind und wetter spottet er ironisch über seine kindheit alessandra schwärmt dann noch ganz gegenteilig von ihrer mutter und gibt dabei auch interessanterweise richtung oliver zu für antonella bist du bis heute der lieblingsschwiegersohn vielleicht auch ein kleiner trost beim offenbar nicht ganz einfachen mütterthema für oliver pocher so Vielen Dank.